Hier entsteht das Zentrum Gesund macht Jung, das etwas anderes Gesundheitszentrum in Thun. Das Spezielle an diesem Zentrum ist, dass es sehr individuell auf die Leute eingeht. Jeder kann einfach sich sein, genau so wie er ist. Das Zentrum Gesund macht Jung hat diverse Angebote und man kann einfach rauspicken und das nehmen, was für einen am besten ist. Es geht darum, dass man sich Inspiration holen kann, dass man lernen kann. Zusammen sind, weiterkommen, sich selber helfen, Verantwortung für sich selber übernehmen und auch anderen helfen. Angebote sind sehr breit. Es handelt sich um Ernährungsberatung, wo man wirklich schauen kann, was zu mir passt. Welches ist die beste Ernährung für mich? Welches ist eine gute Ernährung für die Umwelt? Was tut mir wirklich gut? Wo man kompetent beraten wird und zwar aus Ganzes angeschaut wird. Und zum anderen haben wir Pranic Healing eine berührungslose Behandlungsmethode, die man am Energiekörper arbeitet. Mit den Hängen kann man im Pranic Healing spüren, wo das bei der Person die Blockaden sind. Und die Nähre ganz einfach rausnehmen und die frische Energie reinnehmen. So kann sich dann eigentlich alles selber wieder regenerieren. Das ist sicher ein grosser Teil davon, den man uns selber lernen kann, an sich selber anwenden und an anderen. Wir haben eine grosse Palette von Kursen und Seminaren im Angebot. Sehr vielsichtig über Kochkursen, die alle Bio sind, pflanzlich, schnell zubereitet, einfach. Über Workshops, wie du nimmst Brossenglas herstellen, schlafen, Körperhaltung. Alles so Gesundheitsthemen, die sich darum befassen, auf allen Ebenen können sich entwickeln, achtsamer zu werden, bewusst sein zu werden. Man soll sich aber einfach treffen mit Leuten, Gleichgesinnten. In den Meditationen, die es im Zentrum geben wird, kann man zu sich selber kommen, sich einfach mal etwas Gutes tun. Man hat eine Anleitung und in Gruppen geht es gäbiger zu meditieren. Ein wichtiger Teil unserer Philosophie ist auch die Bewegung. Und dass wir wirklich individuelle Förderung bieten können. Genau auf diese abgestundene Bewegung bieten wir Personal Trainings an, draussen in Natur, vor dem Zentrum. In dem wir genau auf deine Stärken und Schwächen stellen können. Ebenfalls haben wir einen grossen Garten, wo jetzt im Moment, naja, noch recht viel Arbeit vor uns steht. Wo wir umwandeln wollen, dass da Leute drinnen arbeiten können, dass wir auch direkt für die Workshops und Kochkurs von diesem Garten Sachen nehmen können. Und wollen auch ein Projekt anbieten, das dann Kinder mit uns zusammengebieten können. Zudem wollen wir die Räumlichkeiten auch anderen zugänglich machen, dass sich andere extrem einmieten können und ihr Potenzial voll entfachen können. Leute können berührt werden und wir zusammen etwas verändern können. Zusammen bewusster werden, nachhaltiger werden. Wenn auch du der Meinung bist, dass ein respektvoller Umgang mit unserer Umwelt, mit der Natur, mit den Menschen, Tiere, Wesen ein wichtiger Wert ist für dich. Bewusstsein, Achtsamkeit und Nachhaltigkeit für dich hoch im Kurs stehen, dann hilfst du uns hier mit deiner Unterstützung, dass wir den ersten Schritt anfangen können mit unserem Zentrum in Thun. Merci viel, vielmals. Herzlich willkommen in unserem Zentrum. Wir kommen direkt ins EG. Hier ist der Seminarraum, wo die Meditationen stattfinden. Alle Events. Hier haben wir das Behandlungszimmer. Hier kommt eine Liege hin und ein Brünnelchen. Malettenenheimers, wo wir genug Maletten bauen. Und hier kommen wir hin. Biduri! Hier ist der Bereich, wo die Workshops und Kocken stattfinden. Hier haben wir eine Sitze. Und direkt hier befindet sich die offene Küche für Kocken. Dort wussten wir eben noch nicht, was kommt. Wir freuen uns, dass wir euch Goodies anbieten können. Auch mit sehr speziellen, normalerweise nicht erhaltlichen Angeboten. Als Dankeschön für das dir unseren Thron möglich machen.